So, was machen wir dann jetzt hier? Lass wir die Tasten wiederfinden. Ja, das ist das nächste, denke ich mal. Oh! Macht irgendwie Fun. Nix ist. Tschüss, tschüss. Also ich muss sagen, ne? Das gefällt mir bis jetzt richtig gut, das Spiel. Die Tastenbelegung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber was soll's? Ich glaube, ich bin gerade drauf gekommen. Ne, wie war das nochmal? Ja, genau so. Alles, was man irgendwie... Oh, oh. Hallo, hast du einen Schatten weg, oder was? Wahrscheinlich habe ich jetzt hier eine Kiste irgendwo. Oder so. Nix ist. So, gehen wir mal da hin und speichern hier mal ab. Safe. Ja. Muss man erstmal einstellen, dass man überhaupt speichern kann. Weil es scheint wirklich Leute zu geben, jetzt nicht lachen, die da bei diesem Spiel nicht speichern wollen. Mensch. Das ist doch wahnsinnig. Was war denn das schon wieder? Was war denn das schon wieder? Ah, das war der Fuzzi. Wiedersehen. So, jetzt haben wir noch beide. Iiii. TNT. Kann man damit was... Oh, oh. Hoch, hoch. Oh. Hat ja super geklappt. Auf jeden Fall haben wir was bekommen. Das ist alles, was zählt. Oh, oh. Erwischt. Wah, wah. Huh, huh, huh. Komm ich irgendwie hin? Oh, oh. 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 Muss ich schauen. Hier. Nein. Nein. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Das ist jetzt eine Stelle am Spiel, wo ich zum Beispiel nicht so mit einverstanden... Nein. Oh, wenn man zweimal drauf geht, ist man tot. Das ist ja interessant. Oh, hm. Jetzt hätte ich fast gespeichert, ey. Geht weg. Sicherlich habe ich's... Nein. Na los. Ja, das ist wirklich nett, ne? Muss man schon sagen. So, wir befreien sie aus der Kiste und sie gibt uns einen Arschtritt. So, aber ist man so gewohnt heutzutage. Es gehört nicht so. So, kennt ihr ja bestimmt. Das ist wie eine Liebeserklärung, wenn ihr den Arschtritt bekommt. So, dahin. Dahin will ich auch noch. Beide auf einmal. Das nenne ich doch mal Glück. Das speichern wir doch mal vor lauter Freude. Und zack. Und nehm uns Huckepack. Zwei Hammer. So, sehr schön. Oh. Was wollen wir jetzt? Wollen wir die platt machen oder wollen wir dann lieber da rüber? Aha. Hab dich erwischt. Hab dich auch erwischt. War's das schon? Ich hab's doch gewusst, dass kommt noch jemand. Tschüssi. Und speichern. Tut mir leid, aber das ist ein bisschen jetzt zur Gewohnheit geworden zum Glück. Toll, hier ist eh ein Checkpoint. Jetzt, wo man gespeichert hat, kennt ihr best... Oh nein. Mach dich weg, du Papageinvogel. Unser Erzrivale. So, erwischt. Haben wir ihn erwischt? Durch Zufall. Oh. Erpiss dich. Äh, ähm, ähm, entschuldigung, ähm, verzieh dich, meine ich. Erwischt. Wo waren wir denn das letzte Mal? Ach, da, das ist hinnehmbar. Aber meistens dann, wenn man am besten ist... Äh, wie hieb ich es für Abscheu? Nicht das Spiel, sondern... Nein. Die Art, wie das Spiel uns verarscht. Aber eigentlich sind wir sie, die uns ja selbst verarschen. Erwischt. Nichts da. Nein, nein. Naja, gut, ohne den schaffe ich es bestimmt auch ohne die. Aber ich kann mir die Münze nicht holen ohne die. Wer zieht dich? Ach, weißt du was? Puh, also ich ziehe das Let's Play natürlich wieder mal schön in die Länge. Habe ich was so an mir, dass ich Let's Plays in die Länge ziehe? Äh, ne, also das ist mir jetzt zu... Und ich spiel schon ganz schön lang hier. Ich spiel schon seit zwei Stunden. Also das eine Spiel. Ich wollte ja wirklich noch... ...mein... ...Test... ...aufnehmen. Wenn das so weitergeht, ne? Ja, hier rein, dann hier rein, dann... ...hier, hier und da hoch. Du weg. Jetzt gehe ich so da runter. Genau. Und... Hallo. Und tot. So, hier wird gespeichert. Safe. Ja. Ich hab's gewusst. Ich hab's... Ich hab's gerochen. Ich hab's einfach gerochen. Jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Erwischt. Safe. Yes. Nein. Ah, Mist. Oh, hoffentlich schaffen wir das jetzt. Nee, alter. Wenn wir das jetzt nicht... Wenn wir das jetzt vergeigen, ne? Nee. Ach, nö. Ich glaub, ich hab mich verspeichert. Verdi, jetzt, doof. Verdi, jetzt, doof. Untertitelung des ZDF, 2020